Hallo liebe Krypto Community, Bitcoin Mining ist so profitabel wie wahrscheinlich noch nie zuvor. In diesem Video werde ich euch zeigen wie profitabel, warum das so ist und wie ihr davon profitieren könnt. Als erstes, ich habe gestern mir selbst Mining Power gekauft und zwar 510 Giga Hashes, was jetzt nicht sonderlich viel ist, aber ich bin ja noch relativ am Anfang, ich habe noch nicht so viel Geld, was ich da reinstecken kann und dafür habe ich 76,50 Dollar bezahlt. Ich habe jetzt heute schon die erste Auszahlung erhalten und habe damit die Poolfeels kalkulieren können, die bei meinem Anbieter bei 13% liegen und habe hier den aktuellen Bitcoinpreis nochmal reingehackt. Wenn ich das jetzt kalkuliere, dann spuckt er mir aus, dass ich mein Investment nach 61 Tagen wieder drin habe. Das sind zwei Monate. Ich habe einen Einjahresvertrag und der hat sich nach zwei Monaten amortisiert, sprich in einem Jahr versechsfache ich mein Geld. Und jetzt rede ich nicht in Dollar, wenn ich sage, ich versechsfache, weil ich habe das Ganze nicht in Dollar bezahlt, ich habe das Ganze in Bitcoin bezahlt und ich bekomme ja auch Bitcoins wieder raus. Und das heißt, ich schaue nicht, okay, ich habe am Ende des Jahres 456 Dollar, sondern ich schaue, okay, ich habe jetzt diese 76 Dollar in Form von Bitcoin investiert. Das waren 0,006 circa und ich bekomme 0,0029 Bitcoin durch das Mining wieder. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie meine Bitcoins weggebe und dafür für Fiat Geld wieder bekomme und nicht an der Wertentwicklung von Bitcoin teilhaben kann. Nein, das ist so ähnlich wie bei den Crypto-Kitties. Ich gebe meine Bitcoins weg und lasse die kleinen Babys machen. Und als ich das realisiert habe, war ich total begeistert. Ich habe als Waffe meiner Wahl Hashflair gewählt. Warum Hashflair? Hashflair ist nicht mein Favorit, muss ich sagen, weil ich doch Genesis Mining besser finde, grundsätzlich. Aber auf Genesis Mining ist ständig alles ausverkauft. Das Einzige, was sie haben, ist Monero zurzeit. Und da ist der kleinste Vertrag 830 Dollar. So viel habe ich nicht an Spielgeld. So viel bin ich auch nicht bereit auszugeben und ich will auch kein Monero meinen. Deswegen Hashflair. Ihr seht hier, ich habe gestern meine 510 Gigahashes gekauft. Habe dann heute auch sofort, nachdem ich die erste Auszahlung erhalten habe, alles an Bitcoins genommen, was ich noch hatte. Und habe das Ganze nochmal sozusagen meine Hashing Power nochmal verdreifacht. Wir können das jetzt hier mal kurz vergleichen. Ihr seht hier meine erste Auszahlung. Das sind 8086 Satoshi. Der Kalkulator sagt, ich würde 8061 Satoshis bekommen mit dieser Mining Power. Sprich, das Ganze ist sogar noch profitabler in der Realität, als mir der Kalkulator das gibt. An Strom und Maintenance habe ich dann 1082 Satoshis an Hashflair zahlen müssen. Sprich, was mir am Ende geblieben sind, sind 7054. Und wenn ihr das mal im Taschenrechner eingebt, dann kommt ihr bei dem Verhältnis bei den 13% an Fees raus, die da fällig werden. Die Stromkosten sind natürlich fix fürs Mining. Das heißt, je höher der Bitcoin-Preis steigt, desto geringer wird natürlich der prozentuale Anteil, den ihr sozusagen an Gewinnen verliert, weil der Preis ja in Dollars fix ist und nicht in Bitcoins. So, jetzt habe ich euch bisher nur erzählt, was ich an Hashflair nicht mag. Es gibt natürlich sehr viel Positives an Hashflair, wie ich herausgefunden habe. Erstens, Hashflair und Genesis Mining sind die einzigen zwei Cloud-Mining-Anbieter, die für mich legitim sind, denen ich vertraue, wo ich sage, da gebe ich mein Geld rein. Die gibt es schon seit Jahren, es gibt mehrere YouTuber, die die auch benutzen. Da könnt ihr suchen, die zahlen, das funktioniert alles. Da habe ich Vertrauen drin. Das zweite, was ich schön finde, wenn ihr jetzt bei Genesis Mining, wenn es denn mal was gibt, Mining-Power kaufen wollt, dann müsst ihr auch gleich viel Geld auf den Tisch legen. Und bei Hashflair könnt ihr den kleinsten Vertrag, sozusagen 10 Gigahashes, kosten euch 1,50 Dollar. Sprich, egal wie klein euer Budget ist, ihr könnt Cloud-Mining anfangen und sie haben Mining-Power verfügbar. Bei den jetzigen Konditionen weiß ich nicht, wie lange, weil ich werde auch jetzt mein ganzes Weihnachtsgeld da reinstecken. Das ist eine unglaubliche, unglaubliche Möglichkeit, die man hier hat, um sozusagen seine Bitcoins zu versechsfachen. In einem Jahr. Da träumen wahrscheinlich die meisten Hype-Anbieter davon, dass sie das Geld von den Leuten scammen können mit solchen Versprechungen. Aber Bitcoin-Mining macht das einfach gerade möglich. So, jetzt denkt ihr euch, das ist super profitabel, hört sich super an. Aber wie geht das denn? So, Genesis-Mining hat zum Beispiel seine letzte Hash-Power an Bitcoins, haben sie im November verkauft. Und da war das so, man hat das im November gekauft und bezahlt. Und mit dem Mining fangen die aber erst im März an. Sprich, die haben das Geld eingesammelt, müssen dann erstmal eine neue Halle bauen, wo sie die Miner reinstellen. Und bis sie die Miner bekommen und die Halle steht und das alles steht und läuft, gehen sie davon aus, dass 1. März ist. Sprich, man zahlt da jetzt seine Bitcoins rein, sein Geld, beziehungsweise das war natürlich auch sehr schnell ausverkauft. Und dann muss man da erstmal auf seine Hash-Power warten und steht erstmal fast ein halbes Jahr ohne da. Wenn man jetzt die Difficulty, ja. Jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Mining beschäftigt hat, weiß natürlich, es gibt die Difficulty, die bestimmt, wie profitabel das ist. Weil das heißt, wie viel Hash-Power ist insgesamt da und je nachdem, es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an Bitcoins und die wird ja an die Hash-Power verteilt. Und wenn ihr das jetzt mal anschaut, dann seht ihr, die geht natürlich stetig hoch, weil das Netzwerk größer wird, immer mehr Leute nutzen Bitcoins. Und dann gab es hier mal einen Sprung am 6. Dezember. Ich gehe davon aus, da wurde vielleicht eine neue Mining-Farm eröffnet oder die Leute, die auch auf Mining-Rigs minen, für die ist das vielleicht auch inzwischen so profitabel, dass sich das wieder lohnt. Aber, wie ihr zum Beispiel bei Genesis Mining seht, der Bitcoin-Preis ist ja die letzten Wochen, Monate sowas von durch die Decke gegangen. Durch die ganze Medienpräsenz sind da so viele Leute darauf angesprungen, die ja die Transaktionsgebühren sind, so in die Höhe geschossen, weil die bereitgestellte Rechen-Power da einfach nicht hinterherkommt. Wenn ihr jetzt auf einmal sozusagen den Bitcoin verdreifacht, müsst ihr ja eigentlich auch die Mining-Power, die dahinter steht, verdreifachen. Und das ist einfach in der Realität, in der kurzen Zeit, in der das passiert ist, überhaupt nicht umsetzbar gewesen. Warum ist das so? Ah, ihr braucht natürlich in der optimalen Lage sozusagen eure Mining-Farm. Und es gibt noch etwas anderes, was sehr ausschlaggebend ist. Normale Kryptowährungen, die meint ihr mit einem sozusagen Mining-Rig. Ja, das heißt, das ist ein einfacher Computer. Ich habe hier einfach mal random einen rausgesucht mit ganz vielen Grafikkarten, die da diese Berechnungen durchführen. Und damit könnt ihr eigentlich alles meinen. Da habt ihr dann so ein Mining-Programm drauflaufen. Nice Hash ist da sehr beliebt. Und das könnt ihr einfach laufen lassen. Und das sagt dann, okay, wir meinen, was am profitabelsten ist und zahlen dich dann am Ende des Tages in Bitcoin aus. Und dann schaut die Software immer, was ist gerade am profitabelsten zu meinen. Entsprechend dem Preis und der Difficulty der Kryptowährung und macht das. So, Bitcoin wird aber inzwischen anders gemeint. Weil ihr wisst vielleicht, beim Mining ist immer sehr entscheidend, was kriege ich an Hashrate raus. Und wie viel Elektrizität muss ich da reinstecken. Weil das ist euer Kostenfaktor. Und für Bitcoin benutzt man sogenannte ASICs. Das sind applikationsspezifische Geräte. Die können nichts anderes als Bitcoin minen. Aber dieses Mining können sie zigmal besser als eine Grafikkarte. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass so ein Mining Rig, sozusagen, wenn man in Autos spricht, das wäre ein Golf. Damit könnt ihr einkaufen fahren, damit könnt ihr in Urlaub fahren, damit könnt ihr zum Skifahren fahren. Damit könnt ihr vielleicht auch mal auf die Rennstrecke. Und so ein ASIC, das wäre ein Formel 1 Rennwagen. Das heißt, wenn ihr den auf die Rennstrecke packt, dann hat der Golf dagegen überhaupt keine Chance. Aber wenn ihr mit dem Formel 1 Auto mal zum Skifahren wollt mit der Familie, dann sieht es wahrscheinlich eher schlecht aus. Sprich, diese Geräte sind optimiert auf Bitcoin Mining. Die können Bitcoin Mining und nichts anderes. Und im Gegensatz zu den normalen Rigs, die kann man sich auch mal irgendwo in den Keller oder ins Wohnzimmer stellen. Die Dinger sind laut wie ein Düsenjet. Und die werden richtig heiß, die müsst ihr professionell kühlen, die fangen sonst auch das Brennen an. Das ist jetzt nichts, was man sich irgendwie in die Garage stellen kann. Das heißt, das wird von professionellen Mining-Farmen verwendet. Das Problem bei diesen ASICs ist das gleiche, wie wir schon bei den Cloud-Mining-Anbietern gesehen haben. Ihr seht hier, wenn ich jetzt Ende Januar welche haben will, kriege ich die nicht, die sind ausverkauft. Für Litecoins gibt es welche, die könnte man irgendwann im März bekommen. Aber es gibt da extreme Vorlaufzeiten, weil auch die Hersteller von der Hardware nicht hinterher kommen. Sprich, man hat jetzt ein Zeitfenster, wo man extremst profitabel Bitcoins minen kann, weil die Difficulty, die eigentlich hochgehen sollte, weil die Leute sagen, okay, ist ja wieder mehr profitabel, können wir wieder mehr Miner sozusagen aufbauen. Das wird mit Sicherheit geschehen. Die Difficulty kann ab, also kann steigen und dann versechsfacht man nicht mehr sein Geld innerhalb von eines Jahres, sondern dann kaufe ich mir vielleicht jetzt meine Mining-Power und vervierfache dann nur. Bin ich auch noch happy damit, aber ich sehe das so, wenn jetzt zum Beispiel Cloud-Mining bei Genesis noch mindestens zwei Monate sozusagen auf Eis liegt und die die Difficulty nicht nach oben ziehen, was der größte Cloud-Mining-Anbieter ist, dann ist das jetzt ein Zeitfenster, was extrem attraktiv ist. Und deswegen habe ich beschlossen, da jetzt sozusagen alles auf Rot zu setzen und da richtig rein zu investieren. Hashflair hat ein Affiliate-Programm und zwar eins, was doch deutlich ins Gewicht schlägt. Die bieten nämlich 10% von der Hashing-Power, die man kauft, sozusagen den Affiliate an. Und ich würde euch einfach ans Herz legen, benutzt dieses Affiliate-Programm. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Wenn ihr mir die Hashing-Power nicht gönnt, wenn ihr sagt, hey, der ist so reich, der kann sich für 200 Dollar Hashing-Power leisten, dann nutzt den Link von irgendeinem eurer Freunde, der der Hashflair nutzt, aber schenkt Hashflair dieser Hashing-Power nicht. Ja, holt da alles raus, was geht. Es ist eine unglaubliche Möglichkeit. Okay, ich bin durchaus begeistert davon, habt ihr vielleicht mitgekriegt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da, abonniert mich und schaltet die Notifications an. Und ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ich freue mich drauf, wenn euch das Video gefallen hat.